Die Nazis haben die Macht. Nur wenn alles besser werden in Deutschland. Es war ein Feiertag und was für einer. Deutsche Eltern, deutsche Jugend. Wieder rückt der Tag heran, an dem ein neuer Jahrgang deutscher Jugend in den Dienst des Bührers treten soll. Wir hatten, dass wir für eine große Sache leben sollten. Wir wurden ernst genommen. Es wäre alles so schön, wenn die Sache mit den Juden nicht wäre. Freddy ist weg. Jetzt Marianne. Vor einiger Zeit. Unsere Nachbarn, die Löwensteins und die Müllers. Endlich ist es nun soweit. Seit 45 wird zurückgeschossen. Wir haben Krieg mit Russland. Freiheit hat sich in Zwang verkehrt. Nein, wer sein Vaterland liebt, darf für Adolf Hitler nicht kämpfen. Und du wirst unbesiegbar sein. Denn heute gehört uns Deutschland. Und morgen die ganze Welt. Und morgen die ganze Welt. Und die Vögel singen, wie jedes Jahr. Und links herum ist das große Sterben. Kaum zu begreifen. Und doch zu nah. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Und dann geht's mit dem Auftrag des ZDF für funk, 2017 Und dann geht's mit dem Auftrag des ZDF für funk, 2017 Und dann geht's mit dem Auftrag des ZDF für funk, 2017 Und dann geht's mit dem Auftrag des ZDF für funk, 2017 Und dann geht's mit dem Auftrag des ZDF für funk, 2017 Und dann geht's mit dem Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020